Musik 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 So Leute, an dieser Stelle stelle ich für gewöhnlich die Band vor. Das werde ich jetzt mal tun. Ihr dürft gerne klatschen. An der Gitarre. The Man of Strings and Things and Thoughts und sowas anderes. Mit Mütze. Michel Belly. Jetzt hat das gezeigt. So, Baby. An der Bassgitarre. Großartig im doppelten Sinne. An den Backing Vocals. Miss Jenny Conrad. Come on. Dann haben wir heute Abend einen Special Guest zu meiner Rechten. Anna Monta Monika. Dankeschön, dass du da bist heute. Ja, mag gerne. Matthias Stolpe. Matthias Stolpe. Ja, Matthias. Und am Schlagzeug aus Russland. Und Igor Priai. Und in unserer Mitte unsere wunderbare Songschreiberin, Bandliederin, Sängerin, Gitarristin. Indiana! Und da ist Zeppel. Und da ist das erste. Die Uniste. Danke. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke nochmal an euch alle, dass ihr rausgekommen seid, an den Wettergott und natürlich an das großartige Quasimodo-Team, die das hier ermöglicht haben. Vielen Dank.